Wir haben uns für die Becks entschieden als Sponsor, weil wir glauben, dass dieses Format mit relativ wenig Teilnehmern, aber sehr ausgewählten Teilnehmern extrem spannend ist. Ich erwarte mir von der Veranstaltung viele interessante Gespräche, viele interessante Vorträge, viele interessante Pitches, aber primär geht es tatsächlich um das Thema Vernetzung. Die Becks 2017 finde ich bisher richtig großartig, war heute Morgen ganz begeistert. Mir gefällt das Format, es ist klein, es ist sehr intim, man kann relativ schnell gut Kontakte knüpfen und das ist ja genau das, was die Konferenz eigentlich sein soll. Sehr viele bekannte Gesichter, also schön mal viele Leute wiederzusehen und ich habe auch schon einige neue Gesichter kennengelernt. Und was ich hier richtig toll finde, ist, dass Banken und Fintechs zusammenkommen und das glaube ich ist für beide Seiten sehr wertvoll, also von daher echt klasse bisher. Super Format und sollte nochmal stattfinden. Wir wollen neue Ideen finden, wir wollen andere kennenlernen, die auch über Ideen und Innovationen nachdenken und mit denen wollen wir ins Gespräch kommen und wir glauben, dass so ein Format würdig ist, von uns auch gefördert zu werden. Ja, total locker, total entspannt, es macht einfach Spaß mit den Leuten auf Augenhöhe mal zu diskutieren. Es ist super spannend zu sehen, was eigentlich der Markt da draußen macht, wie geht es den Fintechs, wie geht es den Banken, wie kooperieren die oder auch nicht und hier ein Teil davon schön zu sein und auf Augenhöhe, das ist wichtig.